Dein Namen gekommen und das ist eine alte Geschichte ich glaube den habe ich seit ich zwölf der Linkserung ach so und eine rechte Begründung seit du zwölf bist hast du Grund 14 ja ich weiß nicht wieso hat hat und es ist ja auch nur aufgabe schreibe 14 Gründe auf ja wahrscheinlich also diese diese Worte ich bin jetzt links wirklich ja wieso heißt du eigentlich so ähm Daten ich weiß auch nicht ein Freund von mir hat dort waren die heißen wir mal ich muss brauchen Namen Schaut euch das an ich alle drei hast du denn denn hast den Namen von deinem Freund genommen nein er hat dort Dorn geheilt auch noch nicht recht möglich heute nicht für die Bühne durch und ein Buch da Andreas Karr hat mich umgebracht ich habe glaube ich gerade im Park ich trifft nichts ich war die eigenen selbst wenn die gerade vor mir stehen irgendwie okay um Leute sich meist kurz was zu trinken holen ja machen sie das machte das ich habe auch was zu trinken hier stehen was da auch ist doch ein Moment verbessert und hier auch eben bei einer Aufnahme wird nicht geraucht stand da ist schon okay bis gleich bis gleich oder aber noch das Herz gehört wegrollen wie zum Kopf hier wenn ich nur den Kopf erwischen würde oh nein sie sie kann die Bandarine bewegt sich los du wirst von hinten niedergeköpft ja du bist der größte Held hier ähm Solar wie auch immer den hätte ich nicht geschafft muss ich sagen und das ist natürlich das ist natürlich ärgerlich wenn man nieder mit der Faust niedergestreckt wird das ist bitter er aber die Faust ist eigentlich gar nicht so schlecht finde ich ich weiß die Faust mann man schlägt in die voll schnell zu mit der Faust und macht gar nicht so wenig Schaden ja mit der Faust ist sie sind mehr haben es kommt drauf an wo du hinziehst auf dem Kopf machst du natürlich mehr Damage ja aber du bist eben so schnell finde ich ja komm mal Gas an den Ritter haben gewonnen das ist nicht so schlimm wir haben immerhin 9 9 immerhin 9 9 mit dem Meldet abends aber nur neun Köln sind sie überlassen jahres ja wir wollten gar nicht gewinnen spielen die übernicht nur die nicht nur gut ja sonst bist du zu gut für uns für die Spiel ich spiele es erst wieder ernst wenn ich alles freigeschaltet abzabt mit vorgenommen da haben ja erster auch aber was ist das toll jetzt wird darf ich den Spiel nicht nehmen jetzt muss ich den Spiel aber so gern nehmen jetzt muss ich hier mit meiner scheiß mit meinem scheiß Holzfäller bei ich bin hier es ist mit der Grundgabe ich sehe dich glaube ich ich brenne die BG ich sehe das ich sehe dich nicht nee es war es ist ein anderer Träten oder so heißt er Tim hat mich umgebracht Scheiße Karte ändern ja drück mal bitte alle Insert ja mach ich das sind jetzt die Ruinen ja das ist mir doch egal Hauptsache nicht FFA ja aber haben die die Ruinen haben wir gerade gespielt ja dann machen wir halt was ist mir egal ne haben wir gerade die Ruinen gespielt nein Arakow Arakow und Hilfe dazu gibt es ja immer das Schnee Level ist doch nicht ja genau da ja ich gehe mal auf so ja ich mache auch immer die Raucher immer es ist auch ein Trauer die Inmachung nicht alles so hat jetzt so ein bisschen oder wieder Agatha diese Sieghalte verheiratet hat er geht die Gitarre ich gehe mal in wir müssen die Bauzellen ja neben die Bodenschützen, weil, oh ah, das ist ja die, das ist der Capture the Flag das ist Capture the Flag ok, äh, ich jetzt bin ich ganz alleine bei Mason mit dem Varkas und Nemo spielt anscheinend bei uns ja, das ist ja gut zu also ich bin jetzt irgendwie überfordert, weil jetzt sind die ganzen guten, naja, ok ihr ausgeschlossen aber was bist du denn, Thomas? ey, was machst du denn? ähm, ne, einen guten hast du und zwar Delta Squad, der ist gut und Varkas ist auch gut ja, Varkas und Delta Squad, der ist ja wirklich die besten was ich dann erkenne wieso, killen die sich alle gegenseitig vielleicht auch nicht, ich bin jetzt Andreas K. aus da hat einer die Flagge und wir killen uns alle gegenseitig und ich treffe nicht ja, mit den Treffen ist auch immer so Aua äh, ja, ich treffe gerade meinen eigenen Team Aua Jericho, Jericho, du hast mich getroffen das wundert mich gerade selber einmal triffst du was und dann bin es gerade ich so komm ich spiele, ne, ich, 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 ich mache jetzt und jetzt zeige ich einmal mit dem Dolch und die Liete ja, aber du kannst mir sagen, was du willst aber ich finde Wurfsperr ziemlich gut eigentlich Wurfsperr, das war aber auch Glück und ich bin ja schon, aber wenn du mal was triffst, dann killst du die halt auch ja, das ist, das ist, aber die Munition könnten zurück etwas erhöhen ja schon, aber nachher kannst du ja mit dem Dolch weitermachen ja, aber bitte nur die Anzeige, das ist auch, äh, etwas, das müssen sie sich eine Überlegung machen ja, du kannst, du kannst spielst, aber es ist genau ja, aber wenn du den Speer in den Boden wehrst, kannst du ihn wieder aufnehmen ich kann ich den wieder aufgeben ja, aber nicht immer irgendwie, das ist ein bisschen scheiße, aber damit merkt man, wenn du verpfalst er hat das mit die Existen die dort die Spiele das geht doch aber es geht nicht immer irgendwie ich weiß auch nicht wissen und da hat sich den Staten rennen lieber reden und feind hinterher mit der Flagge die sich nicht irgendwo durch ein Hochschulden ja getroffen in den Arsch aber der lebt noch da okay jetzt wird sie um die Wurzelt der Projekt mal aufgenommen was auf was wo was wird ach ja lebt wird ja ich weiß nicht ja es ist nicht Dienstag Mittwoch das Beste nicht da habe ich etwas zu lange da habe ich so bis 17 Uhr ja aber letztlich weiß ich dass ich habe auf meinem Channel eigentlich vor allem Spiele die nicht so bekannt sind die nicht so bekannt mehr leckte die sich auch nicht gehabt so bekannt lässt und ich würde sagen der Falle ist das bekannt ich würde sagen Lerner oder den Gronkh tun das auch ja nur mit der jetzt ist gerade spielen Prozent durch das ist wirklich bekannt geworden ich würde sagen Lerner vor der aber wirklich das war nicht nicht unbekannte Ler for that ist es würde ich sagen bekanntestes Team Spiel neben Counter-Strike eigentlich doch das ist sehr bekannt nicht das bekannteste ja aber Counter-Strike ist noch bekannter und was gibt es noch da das Original-Spiel von Counter-Strike ach wie heißt es Battlefield Call of Duty das Original-Spiel von Counter-Strike Counter-Strike ist ja die Mod eigentlich Counter-Strike ist nur eine Mod Half-Life? Ja Half-Life genau Half-Life ist auch sehr bekannt als Steam ja Half-Life 2 das ist logisch ist ein Steam das ist ein Fall für Game und Steam ist ich habe jetzt ein paar gemacht und bin der zweite in der Rangliste und ich habe mich mit der Armbrust wieder wie getötet und das war der Daten Jericho siehst du mit dem Speer geht's doch gar nicht so schlecht oder? da hat man ich brauch grad was Essen ich hab dir die Hände vom Ding ja getroffen das sind wieder die ausriegen ja 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 immer gewalt und dann extra noch so klick ich hab mich Echel-Worten immer so ja das die kennen wir ja die Schoko-Riegel ja ja ich ist schon zufrieden die das die ja schon wird auch mit dem Scheiß-Ausbild ich werde auch geben Jericho steht dazu dass er scheiße ist aber du kommst immer mit dem Ausreden da genau mit Scheiß getroffen aber ich hab den Weilen genommen so kommt es kommt aber wir hatten die Flagge da ja ich meine wer hat die Flagge von den Gegnern da ich hab gern ins Haus reingeschossen und da kommt es gut welcher von unserem Team hat die Flagge schon wieder sieht man das Leben es getötet sie man wer die Flagge hat sieht man das nicht ja man sieht wird er gehabt haben sie flachen ja getroffen aber den eigenen glaube ich zu spüren schon leicht nachgarten.de ich bin kommst ihr ich treffe nichts es ist unklar gemacht verdammte dieser Abort beteiligt alt hat sich los geht in den Händen zu spüren da haben du hast mich gerecht Ja, das ist gut, oder? Findest du den letzten Speer gut? Der ist genial. Besser als der erste? Ja, ein bisschen weniger lang, aber macht verdammt viel Schaden, wirklich. Okay, und besser als die Heugabel auch? Ja, doch, sowieso, sonst würde ich die nicht ständig nehmen. Nein, doch, ich weiß, wie der nicht umbringen muss. Delta Squad hat mich jetzt gerade niedergeschnetzt. Mein Chat ist kaputt. Ja, das... Ich sehe keinen Text mehr, das ist mir vorhin auch passiert. Ja, das ist das... Komm, man kann mal passieren, aber... Ich finde, das Spiel hat sonst eigentlich nicht so viele Fehler. So viele Fehler nicht. Was mich anzupft, ist die Server-Join-Qualität, dass ich jetzt einfach die Server einfach... Jetzt nicht mehr sieben, ich sehe fast keine Server mehr. Echt? Ja, es ist also schlimm. Seitdem abgibt, sehe ich gar keine Server mehr. Nee, also... Passt du einen Filter drin? Nein, ich habe keinen Filter drin. Ich freue jetzt auch rumpisch Server die ganze Zeit per... Wie heißt es denn? Konsole? Ja. Schlecht, Jericho. Was? Ja, ich habe mich gerade auf den Wien-Nimo konzentriert, was ich auch gerade auch weggemacht habe. Ich habe gerade einen runtergeworfen. Ich habe einen getroffen. Ich stehe hierhin und schieße einfach auf die Flagge dort drüben und ich habe ihn getroffen, den Flaggenträger. Ich sehe dich nicht mal. Ich habe mich gerade mit meinem Schwul stehen. Ich sehe dich nicht mal, ich schieße einfach auf das Symbol. Schau, jetzt... Und ich hoffe, jetzt habe ich keinen von meinen getroffen. Nein. So, jetzt sehe ich den ganzen Chat wieder. Er muss einfach mal Escape drücken. Ich habe mich nicht getroffen. Ach so, hier steht es. Ach nein, das ist Nemo. Was Nemo? Nemo macht Nemo Archer. Verdammt, Flosch. Nemo hat die Flagge und... Ich habe einen Gehör mit dem Archer, glaube ich, nicht zu umgehen, gerade weil ich habe den... Nemo ist, glaube ich, auch als Archer gut. Ja, der hat das geübt. Der hat eine ganze Nacht durchgespielt. Ich habe es so... Ich gehe so... Gestern ganz Tage, das war... Nach dem Update hat er schon jetzt... Ich habe keinen getroffen, denn das ist doch... Ja, ich glaube, wenn du Archer gut beherrschst, dann bist du der stärkste. Wie ist das? Wisst ihr, was ich stimmt finde? Was denn? Ich verstehe euch oftmals besser als die Deutschen. Echt? Ja, das... Vielleicht Österreich, oder? Das habe ich aber auch, wenn ich in die Ferien gehe nach Österreich, dann verstehen die uns manchmal echt auch besser als die Deutschen, die da sind. Ja, weil die Deutschen so einen Scheiß-Dialekt oft haben, zum Beispiel das Schwabisch, kannst du reinloben lassen. Ja. Sorry, aber... Ja, ja, es ist... Aber Schweizer haben auch doofen Dialekte. Ich habe ja gesagt, wir haben... Wir Österreicher haben ja auch scheiß Dialekte. Nichts gegen Wallis, einfach jemand zuschaut. Doch, das ist das Schlimmste. Ja, aber ich muss mit Wallis arbeiten, jeden Tag ich kann es lassen. Ich habe kein Problem. Nee, Wallis!